Techniken zur Bedienung des Programms. Einstellung bzw. Konfiguration der Baumannsichten. Hier am Beispiel der Artikelgruppen. Sie haben die Möglichkeit, sich die Baumannsichten nach Ihren Vorstellungen herzurichten. Wenn Sie beispielsweise eine neue Artikelgruppe benötigen, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf das Verzeichnis, in dem Sie diese neue Artikelgruppe anlegen möchten. In meinem Beispiel auf das Verzeichnis Weinbehandlungsstoffe. In dem nun erscheinenden Kontextmenü klicken Sie auf den Befehl Neue Artikelgruppe. Vergeben Sie nun einen Namen für diese Gruppe. Des Weiteren können Sie auch die Position der verschiedenen Einträge nach Bedarf ändern. Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste auf den Eintrag, dessen Position Sie ändern möchten. Halten die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie zur neuen Position.